Hallo liebe Sigarboxgitarrenfreunde, Delta Bluesfreunde, Blues-Enthusiasten und Dreiseiterfreunde. Ich möchte euch heute was zeigen und zwar ein Bottleneck, weil ich öfter gefragt wurde, was empfiehlst du mir von Bottleneck, wenn ich Zweitgitarre spielen will. Da gibt es viele Varianten bei Thomann oder man kann die überall bestellen, allerdings Q-Stum selten. Das ist ein Keramik-Bottleneck von einem Mann, gefertigt namens Uli Kuda. Eine ganz kleine Firma, die sitzen in Neustadt am Kocher. Er baut die Teile mit seiner Frau, die sind getöpfert, ist Keramik, also getöpfert, ja, Keramik. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe hier so ein Terracotta Rot ausgesucht. Uli hat mir zwölf oder dreizehn Stück davon geschickt, um mir eins auszusuchen. Das passt perfekt auf meinen Finger. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher meinen Fingerumfang eben geschickt. Also die Maße, wie ich das haben will, so wie ein E-Ring oder so, wenn man den Ring fertigen lässt. Und es passt perfekt. Ja, ich habe früher nur Glas und Chrom gespielt und ich bin damit absolut zufrieden. Die Firma heißt The Screaming Tube. Ich blende das hier kurz ein. Wir haben eine Facebook-Seite und es gibt auch eine Rezension, eine super Rezension zu diesen Bottlenecks von Uli Kuda auf einer Seite namens Jansans Gitarrentalk. Blende ich jetzt auch einen hier. Ich kann das nur empfehlen, Uli Kuda, The Screaming Tube, Cuse to Make Bottlenecks aus Keramik. The Screaming Tube. The Screaming Tube. The Screaming Tube. The Sc extremes Countdown even werden gerne. Das grip equilibriert so werden gemeinsam mit demxoern nach Bremé Symptom sagen. Dies sch saudver so sehr starker nach Bremé Russlands, Seht so gut hier und wir natürlich City mehr auf Bremé Russland prepared солнät cop pen. und dann über Patreon die Cutung mit verschiedenen Ges einen dellcando Engelsea.